Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars und wir starten direkt rein. So und wie wir sehen, sehen wir nicht viel. Allerdings sehe ich, hier ist noch eine Anomalie. Anomalie. So, dann machen wir hier nochmal weiter. Achso, der 30 von 30, ja dann behalten wir den doch nochmal hier. Ja, ich glaube da ist auch nicht mehr ganz so viel zu holen. Also, hängt, leckt ein bisschen. Ich weiß nicht warum, ich habe gerade Updates gemacht. Also macht niemals bei Laptop oder Rechen-Updates, wenn ihr was damit machen wollt, weil jetzt leckt das hier ein bisschen bei mir. Und bei einem Laptop ist immer noch dabei Updates zu machen. Ich bin noch nicht mal zum Rendern gekommen. Yay. Also, mega ungeil. Möh. Keinerlei Einschränkungen. Wir schicken dich mal nach Hause. Und tschüss, Rakete. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, meine Fresse. Wenn wir dumm sind. Es gibt mehr zu den barrenen Environments und den roten Planeten. Ich weiß nicht warum das hier gerade leckt. Ich mache nach der Folge, ich habe noch die Folge gar nicht gestartet. Egal, wir machen mal so, so 10 Minuten lassen wir jetzt nochmal laufen. Ähm. Ja. Und dann mache ich mal einen Neustart. Gucken wir, ob es dann besser ist. Also, die eine Rakete ist weg. Mäh, die Metalle sind da. Ich gehe davon aus, dass die auch irgendwo hingebracht werden. Ich weiß nur nicht gerade. Treibstoff. Treibstoff. Wieso ist denn hier das ganze Treibstoff? Ach, der Vogel hört mich auch. Ist ja klar. Ich will da aber gar keine haben. Hier sind wir auch noch welche, ne? Ich will da aber gar keine haben. ellen Malen. Einos Zeig! Mann, 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 Mann... Okay, machen wir erstmal wieder zu. So, holen wir uns erstmal wieder ein paar Ressourcen. Eine Art von Unsterblichkeit, yay. Sehr schön. Was ist denn das, ey? Das nervt voll. Das macht keinen Spaß so. Meine Güte. Seit drei Stunden macht Laptop nur Updates, ey. Ich habe drei Stunden gewartet, weil ich dachte, oh, jetzt ist es fertig. Und dann, ach nee, doch nicht. Ach nee, doch nicht. Jetzt nehme ich einfach auf, während er immer noch macht. Das ist mir egal. So. Wie wäre es, wenn wir hier... Ah, da können wir nichts machen, ne? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So, wartet mal kurz. Weh, der Moon muss jetzt nochmal Updates machen. Wann gibt das Schläge? Okay. Jetzt will er wieder ein Update machen. Leck mich am Arsch mit deinen Scheiß-Updates. Kriegst du nicht, gib es nicht. Ist mir egal. Mal. So. Sehr schön. Da sind wir auch schon dabei. Zack. So. Willkommen shopperig. So, jetzt läuft das auch. Machen wir mal ein kurzes Poison, ich mache mal gleich Neustart, vielleicht läuft das dann besser, das Programm. So, viel Spaß noch, haut rein, ciao.